Heute gibt es unlimitierte Wege, Online-Geld zu verdienen. Und ich konnte auch zahlreiche davon selber auch testen können. Manche sind genial, manche weniger. Doch das sind die vier wirklich besten Wege, Online-Geld zu verdienen. Starten wir mit dem ersten Konzept. Und hierbei handelt es sich um Affiliate-Marketing. Für die meisten wird dieses Konzept von Affiliate-Marketing bereits bekannt sein. Wenn nicht, lass mir das Ganze ganz kurz für dich erklären. Bei Affiliate-Marketing, eines der großen Vorteile ist, ist, dass wir kein eigenes Produkt brauchen, um das Ganze zu vermarkten und daran Geld zu verdienen. Stattdessen suchen wir bereits etablierte existierende Produkte. Sei es jetzt ein physisches Produkt, ein digitales Produkt, eine Software, eine App oder auch eine Hardware, was auch immer. Es kann alles Mögliche sein oder theoretisch auch eine Dienstleistung. Diese können wir auf den einzelnen externen Seiten finden oder theoretisch auf Affiliate-Marketing-Partner-Plattformen wie zum Beispiel digistore24.de oder Clickbank, eines der größten internationalen Anbieter oder auch ein deutscher Anbieter, wie zum Beispiel CoopCard. Und wie gesagt, es kann sich auch hierbei um einen externen Provider handeln, wie zum Beispiel von Finanzdienstleistungen, wie zum Beispiel Trade Republic oder N26 oder Revolut. Jedes Mal, wenn du einen Kunden dazu bringst, verdienst du einen fixen Anteil oder einen Prozentsatz als Provision davon. Denn dadurch kriegen die Geschäfte Kunden durch deinen Affiliate, durch die Leute, die du organisch für dich reinbringst oder auch bezahlt reinbringst und du verdienst dafür eine fixe Summe oder eine fixe Provision daran. Denn heutzutage findest du fast überall Affiliate-Programme an und es ist einfach super praktisch, vor allem, wenn du einfach Freunde an Services weiterleiten kannst, wie zum Beispiel ein Freund von dir sucht nach einer neuen, super Banklösung, da ist zum Beispiel Revolut eine mega geile Option. Oder American Express ist auch eine super Kreditkarte für Leute, die ein Online-Business starten wollen oder einfach mehr finanzielle Mittel verfügen wollen. Oder auch Trading-Plattformen, was auch immer. Das kann in erster Linie super organisch word-to-mouth oder auch zu Freunden und Familie weitergeleitet werden. Wie gesagt, das Ziel ist, möglichst viele Leute über unseren Affiliate-Link, den wir eben von den Affiliate-Providern, sei es jetzt von der externen Webseite oder wie einer Seite von Clickbank bekommen, dadurch Käufe oder Registrierungen zu generieren. Und dadurch kriegen wir eben Geld. Das kann sich zum Beispiel um 10%, 20%, 50%, 80% oder auch 30 Euro, 100 Euro, 200 Euro. Das ist komplett abhängig vom jeweiligen Produkt und schwankt auch extrem, je nach Angebot und Nische. Das Konzept ist ja eigentlich ganz einfach. Wie vermarkten wir also diese Affiliate-Offers? Es gibt verschiedene Wege. Wir können das Ganze über organische Strategien probieren, wie zum Beispiel Pinterest, Hora, Reddit, Facebook-Gruppen, Instagram, Instagram-Nischen-Seiten, durch Influencer, durch eben Familien und Freunde, TikTok. Es gibt eben unlimitierte, zahlreiche Optionen, wie du tatsächlich Leute über dein Affiliate-Programm reinbringst. Und eben zu Käufen oder Sonstiges generieren kannst. Natürlich ist eines der einfachsten Wege, eine Reichweite aufzubauen. Deswegen verdienen auch viele YouTuber, viele Influencer. Ich zum Beispiel verdiene auch etwas durch Affiliate-Offers. Wenn ihr zum Beispiel links unten in der Bio anklickt, habt ihr dadurch keinen Nachteil. Aber ich kriege zum Beispiel eine Provision daran. Das ist zum Beispiel nur ein Beispiel, wie das Ganze auch funktionieren kann. Alternativ kann man das Ganze in manchen Fällen auch über bezahlte Methoden machen, wenn das Affiliate-Offer lukrativ genug ist und deine Sign-Ups dagegen sich auch rentieren. Wie zum Beispiel über bezahlte Shoutouts, Werbung oder auch Google Ads oder Sonstiges. Das geht alles natürlich auch. Ein extrem gutes Beispiel zur Veranschaulichung von einem extrem erfolgreichen Konzept des Affiliate-Marketings ist zum Beispiel von einem sehr bekannten Andrew Tate. Die meisten von euch werden Andrew Tate kennen oder auch seinen Bruder Tristan Tate. Die sind extrem viral gegangen Anfang dieses Jahres und sind seitdem durch ihre kontroversen Videos offline genommen von jeglichen Social-Media-Plattformen, sei es jetzt von Instagram, TikTok oder auch YouTube. Und eines der besten Wege, wie überhaupt Wachstum, nicht nur für Andrew Tate und seine Programme, sondern auch für die Leute, die die ganzen TikToks dazu kreiert haben, war es eine unglaubliche Chance für beide Möglichkeiten. Einerseits haben TikTok-Accounts, wie zum Beispiel Cobra Tate Compilations oder sonst was, wenn wir zum Beispiel auf TikTok gehen, können wir hier sehen, alle möglichen Videos mit extrem vielen Aufrufen, wie zum Beispiel Cobras Army, Tate Awakes, 3,9 Millionen Aufrufe, 6,3 Millionen Aufrufe, 974.000 Aufrufe. Und dadurch haben sie eben Content, das Tate eben in diversen Videos aufgenommen hat, sei es Podcast oder sonst was, kurze Ausschnitte genommen und auf TikTok hochgeladen. Das Ziel war dadurch, erstens Reichweite für Andrew Tate zu generieren, das war seine Idee. Und indem sie diese Videos promoten und vermarkten, konnten die Leute zum Hustlers University reinkriegen, das war eben seine Discord-Gruppe, zur Selbstentwicklung und zur diversen, wegen wie man online Geld verdient. Wenn sie sich jemand daran angemeldet hat, hat derjenige, der diesen Kunden gebracht hat, dafür Geld verdienen. Und das war eine extrem profitable Seite für beide Seiten. Die Leute haben dadurch Affiliate-Offers bekommen, Affiliate-Geld und der Andrew Tate extrem große Reitschweite. Und das wirst du heutzutage auch bei vielen anderen Influencern sehen, die das Ganze auch nachmachen. Also Affiliate-Marketing ist nach wie vor eine super Möglichkeit, um Geld im Internet online zu verdienen. Machen wir weiter mit Option Nummer 2. Diesmal handelt es sich um Freelancer. Als Freelancer ist es eine super Möglichkeit, in die Welt des Selbstunternehmertums einzutauchen. Hierbei bietest du eine Fähigkeit, eine Tätigkeit an, für Dritte, für Dienstleister etc. und eben tauscht deine Zeit für Geld ein. Also hier kannst du einen beliebigen Stundensatz oder nach Projekt Geld verlangen, für eine Fähigkeit, die du ausübst. Hierzu die besten Plattformen, die ich euch empfehlen würde, sind einerseits Upwork und auch Fiverr. Den einen oder anderen wird es bekannt sein, dem anderen vielleicht auch nicht. Hier werden wir zum Beispiel bei Upwork ein paar Beispiele anschauen. Hier kannst du dich für verschiedene Kategorien spezialisieren. Das Beste daran ist, wenn du bereits vorher diese Fähigkeit hattest, wie zum Beispiel Video editen oder auch programmieren oder Fotos bearbeiten oder du so oder so diese Fähigkeit dir anlernen musstest für eben deinen Beruf. Und es schadet so oder so nicht, wertvolle Skills zu haben, denn wenn du selbstständig werden willst, hilft es, diese Fähigkeiten zu haben und sonst hilft es dir auf jeden Fall in der Berufswelt weiter. Design & Creative, Sales & Marketing, Writing & Translation, auch theoretisch, was jeder machen kann. Finance & Accounting haben wir hier. Und dann, wenn wir hier runterscrollen, kann ich euch ein paar viele weitere Beispiele sagen, wie zum Beispiel Shopify Developer. Dann hast du Video Editor, Graphic Designer, Frontend Developer, UI UX Designer, SEO Expert. Dann gibt es noch Training Skills. Blockchain war natürlich super interessant während der Bullrun, während Krypto natürlich. Dann auch Coding und sonstiges, Smart Contracts. Ganz viele Sachen in dieser Richtung. Und bei Fiverr haben wir natürlich auch mega viele Kategorien, wenn wir uns das Ganze allein von den Überkategorien anschauen. Grafik & Design, digitales Marketing, Text & Übersetzung, Video Animation, Musik & Audio. Also es gibt ganz viele Facetten, in die man eben hierfür eintauchen kann. Wie hier zum Beispiel allein für Grafik & Design, Logo & Markenidentität, Web & App Design, Kunst & Illustration, Gaming, visuelles Design. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten da draußen. Du wirst hier auf jeden Fall fündig, was du selber machen kannst und was dir auch eben selber Spaß macht. Theoretisch gibt es auch Optionen für Leute, die nicht unbedingt jetzt schon eine Fähigkeit haben, wie zum Beispiel Text und Übersetzung. Du kannst englische Artikel auf Deutsch übersetzen oder andersrum, Deutsch auf Englisch. Oder du kannst auch theoretisch als Synchronsprecher arbeiten, für englische Texte auf Deutsch sprechen, für zum Beispiel Werbeanzeigen, Werbeprodukte, was auch immer. Das kann auch ebenso gut funktionieren. Dafür brauchst du hier theoretisch keine Vorkenntnisse. Das Geile daran ist, du hast komplett flexible Arbeitszeiten und kannst auch selber deine Tarife bestimmen. Sprich, du kannst dir also selber überlegen, für wie viel wirst du arbeiten, wie oft wirst du arbeiten und wann wirst du arbeiten. Und dann kannst du das dementsprechend immer hochskalieren, runterskalieren. Je nachdem, du kannst es auch Fulltime machen, denn es gibt zahlreiche Freelancer da draußen, die paar Tausend Euro bis Zehntausende, Dreißigtausend, Vierzigtausend, Vierzigtausend Euro im Monat oder auch viele davon auch selbst auf Upwork. Da sind größere Spezialisten, die haben schon Millionen über diese Freelancer-Plattform verdienen können. Also schau es dir auf jeden Fall sehr gerne an. Machen wir weiter mit der Option Nummer 3. Mit dieser Option habe ich persönlich am meisten Erfahrung über die Jahre sammeln können, denn so bin ich tatsächlich in das Selbstunternehmertum gerutscht, mit dem Fall nämlich Dropshipping und E-Commerce. Ich habe das die letzten Jahre lang gemacht, ich habe das direkt nach Abitur angefangen und zweieinhalb Jahre, drei Jahre gemacht und da habe ich mein erstes großes Geld verdient. Und es ist nach wie vor immer noch eine valide Möglichkeit, relativ viel Geld in kurzer Zeit zu verdienen. Natürlich ist es nicht mehr so leicht, wie es früher mal war. Natürlich musst du dir viel mehr Fähigkeiten antrainieren, wie zum Beispiel einen Shopify-Store-Ads erstellen, wie zum Beispiel die richtige Produktrecherche zu betreiben, wie zum Beispiel das Ganze zu vermarkten, sei es jetzt über TikTok-Ads, Pinterest-Ads, Facebook-Ads, was auch immer, Google-Ads. Es kann alles Mögliche sein. Dann musst du dir noch Grafikdesign, Consumer Psychology, alles musst du dir wirklich antrainieren und anlernen. Für mich persönlich hat das auch eine Zeit lang gedauert, bis ich die ersten Sales generieren konnte und ich habe persönlich auch mehrere hunderte Euro und tausende Euro in Werbeanzeigen verloren, bis ich die ersten wirklich profitablen Resultate gesehen habe. Das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Das dauert Zeit, Kosten und Geld, bis man in diesem Konzept erfolgreich wird. Und das Geile daran ist, du brauchst theoretisch nur ein Produkt, das dein Leben verändert und es ist extrem stark skalierbar durch Werbeanzeigen, sei es dein eigener Store, Produkte, was auch immer. Das kannst du richtig, richtig in die Höhe treiben und es verdienen wirklich zahlreiche Menschen, haben damit klein angefangen und sind dadurch Multimillionäre geworden. Also das ist nach wie vor eine super, super Möglichkeit. Für diejenigen, vielleicht gibt es einen oder anderen draußen, der immer noch fragt, okay, was ist ein Dropshipping eigentlich? Wie funktioniert das Ganze? Das ist eigentlich ein ganz simples Konzept. Damit du das ganze Konzept von Dropshipping ein bisschen besser verstehst, falls du dem noch nicht bekannt bist, lass mir dir das Ganze anhand eines Beispieles erklären. Was wir letztendlich machen, ist, wir betreiben Produktrecherche und finden ein passendes Produkt, was für unsere Orients potenziell interessant sein kann. Was letztendlich extrem gut funktioniert, seit die letzten paar Monate, insbesondere über TikTok-Werbung, ist dieser Haarentferner. Ihr habt es vielleicht sogar gesehen, wenn ihr TikTok nutzt. Es ist letztendlich ein Dropshipping-Produkt. Hier sieht man 4,6 Sterne. Das kann man auf AliExpress bestellen und dann eben AliExpress als Zulieferer benutzen. Das ist eines der populärsten, wenn nicht der populärste Zulieferer für Dropshipping. Es gibt aber auch theoretisch auch andere und auch bessere Alternativen. Hier 626 Bewertungen, fast 4000 Bestellungen und ihr seht das Ganze, es gibt verschiedene Farbvariationen und Farbvarianten. Wir können das Ganze für 4,67 Euro einkaufen, inklusive Versand. Sprich, unsere Produktkosten und Versandkosten betragen sich 4,67 Euro. Was wir jetzt machen, ist, wir erstellen hierfür eine Plattform, einen Shop, einen Online-Shop. Hierzu würde ich euch am besten empfehlen Shopify. Das ist einfach die beste Option. Und wenn ihr damit starten wollt, findet ihr dazu auch einen 14-tägigen, kostenlosen Link in der Bio unten drunter, falls ihr damit starten wollt. Und sobald wir den Shop eben aufgesetzt haben, sind wir verkaufsbereit, verkaufsklar. Wir können das Ganze für Minimum 19,99 bis hin zu 29,99. Ja, es wurde teilweise für so viel verkauft. Sagen wir mal einfach 24,99. Und dann hätten wir circa 20 Euro Profitmarge hier. Sprich, wir hätten hierfür genügend Spielraum, um dadurch Kunden reinzuholen, durch eben Werbung oder organischen Traffic. Wir können das Ganze über TikTok-Werbeanzeigen, Facebook-Werbeanzeigen, Pinterest, was auch immer. Es gibt zahlreiche Methoden, wie wir das Ganze vermarkten können. Und sobald ein Kunde bei unserem Online-Shop einkauft, müssen wir erst dann, ja, richtig, erst dann dieses Produkt von unserem Zulieferer, in diesem Fall AliExpress, bestellen. Und wir behalten diese Zwischensumme. Sprich, wenn wir zum Beispiel 5 Euro oder 10 Euro dafür bezahlt haben, den Kunden zu akquirieren, und das ganze Produkt kostet uns 4,67 Euro, behalten wir eben die Differenz. Circa 10 Euro Profit kommt in unsere Tasche. Aber natürlich kommen davon auch Mehrwertsteuer weg, etc. Und dann eben lässt sich dieser Profil dementsprechend kalkulieren. Also in dem Fall sind wir letztendlich nur der Mittelmann vom Zulieferer zu dem eigentlichen Käufer. Idealerweise positionieren wir uns hiermit in der Mitte als Brand und als der Produkthersteller für dieses Produkt. Und eines der besten Sachen, der genialsten Sachen für Dropshipping ist, theoretisch kannst du das mit minimalem Aufwand und minimalem Geld starten. Du kannst auch, wenn du mehr Budget hast, natürlich das Ganze schneller skalieren und auch durch Werbeanzeigen an mehr Leute aufbringen. Aber das Beste daran ist, ist, dass du theoretisch keinen eigenen Lagerbestand brauchst, dass dich theoretisch mehrere Tausende Euro kosten würde, wie im Vergleich zu anderen E-Commerce-Optionen wie Amazon FBA. Das geht natürlich auch, ist auch noch super, kann auch gut funktionieren. Persönlich habe ich da eher weniger Erfahrung drin und es ist halt eben deutlich mehr Risiko verbunden, da du eben mehrere Tausend in Lagerbestand aufziehen musst. Und wenn ihr zum Beispiel zu diesem Inhalt mehr Informationen und mehr Videos sehen wollt, lasst mich das jetzt sehr gerne wissen. Ich würde das Ganze vielleicht auch hochschrauben wollen in Bezug auf das Thema Shopify und Dropshipping, da ich bereits da ziemlich viel Vorerfahrung habe und das auch jahrelang gemacht habe. Ich würde da gerne dazu mehr Videos machen, wenn ihr das auch gerne mehr sehen wollt. Lasst mich das auch gerne wissen, vielleicht auch zu verschiedenen Marketingstrategien, Zuliefererstrategien, vielleicht einen Shop aufbauen. Lasst mich dazu gerne in den Kommentaren wissen. Und die letzte Strategie, die ich euch eben vorstellen will, ist eben das Investieren. Um wirklich wohlhabend zu werden und um wirklich Freiheit zu erzielen, musst du einen Weg finden, wie du im Schlaf Geld verdienen kannst. Und dafür gibt es schlicht und einfach keine bessere Option als mit Investieren. In dem Fall lassen wir das Geld für uns arbeiten und arbeiten nicht für das Geld. Und wenn du es schaffst, jeden Monat 50, 100, 200, 300, 500, 1000, je nachdem wie viel Euro du zur Seite legen kannst, bist du erstens viel weiter als alle anderen in der Gesellschaft, da du auch wirklich Geld zur Seite zum Sparen legst und das nicht auf deinem Konto einfach verwalt, sondern das nimmst du und investierst es in diverse Sachen. Worin du letztendlich investierst, ob du jetzt in Kryptos, ob du in Aktien, ETFs, Immobilien, Weine, vielleicht auch Luxusgüter, Uhren, was auch immer, Spielekarten, Sammlerstücke, du kannst in allem Möglichen investieren, solange du dich für dieses Thema interessierst, rein vertiefst und da auch dementsprechende Expertise und das Knowledge dir ereignet ist. Sprich, du solltest jetzt nicht einfach irgendwo blind hinein investieren. Und in der heutigen Marktlage, da die makroökonomische Marktlage natürlich nicht die idealste zum Investieren ist für den normalen Retail-Investor, da der natürlich Angst hat, okay, es geht weiter runter. Aber tatsächlich, wenn du dich richtig umschaust, richtig informierst, ist es fast kein besserer Zeitpunkt, als jetzt zu investieren. Denn dein physisches Geld oder die Euros, die du in der Bank liegen lässt, die verlieren an Geld. Das kann man allein schon an dem Verhältnis zu Euro und Dollar sehen. Ein Euro bringt bei weitem nicht so viel in den USA oder Sonstiges, wie es vor ein, zwei Jahren war. Denn der Euro und auch andere Währungen verlieren in der heutigen Zeit wegen der Inflation und der kommenden Rezession einfach an Wert. Aktien, Kryptos, alles Mögliche ist auch gefallen. Immobilien werden auch weiterhin fallen. Wir sind aktuell in einem fallenden Markt und es wird auch vermutlich weiterhin fallen. Aber in einem fallenden Bärenmarkt, in so einer Marktlage, gibt es die besten Investitionsmöglichkeiten anstatt wie vor einem Jahr oder nach Covid, wo wir wirklich fast den Top erreicht hatten und wir in einer mega, mega Aufwärtsspirale im grundsätzlichen Markt waren, sind wir fast an einem Tiefpunkt. Und wir können jetzt demnächst kaufen und unsere Investitionen sind in drei, vier, fünf Jahren das Fünffache, das Zehnfache, vielleicht auch das Zwanzigfache, vielleicht auch nur das Zweifache oder das Dreifache wert. Je nachdem, wie gut du dich informierst und wie gut du investierst und du das Geld wirklich beiseite legst und ein paar Jahre warten kannst, bis sich dein Geld vervielfacht. Und wie gesagt, dafür musst du dich informieren, auseinandersetzen und diese Materie wirklich studieren, je nachdem, wofür du dich letztendlich entscheidest, wo rein du investieren willst. Dazu gibt es wirklich zahlreiche stundenlanges Material, wie du das Ganze dir selber auch antrainieren, anlernen und beibringen kannst. Und es ist auch noch nie so leicht, wie heute gewesen, wirklich in diverse Plattformen und diverse Sachen zu investieren, wie zum Beispiel Aktien über Robinhood oder Trading Republic oder auch theoretischen Kryptos über Binance, FTX, Coinbase, nur ein paar Optionen zu nennen. Also es war wirklich noch nie so leicht wie heute. Und dazu, zu jeder Plattform, falls ihr euch da letztendlich interessiert, findet ihr dazu die Links in der Bio mit eigenen Sign-Up-Bonuses. Und falls ihr sagt, okay, ich bin jetzt neu zu dem Thema, ich habe jetzt vielleicht nicht die Zeit und die Lust, mich damit so auseinanderzusetzen, da gibt es heutzutage auch eine super alternative, super Möglichkeit und zwar Naga. Naga nutze ich persönlich seit ein paar Jahren. Hier kannst du eben Aktien und Kryptos und sonstiges mehr investieren, aber das einzigartige Konzept von Naga eben ist das ganze Copy-Trading. Hier, was du eben machen kannst, ist, du kannst eines der profitabelsten Trader und Investoren von diesen Plattformen eben kopieren. Sprich, dieser Trader investiert jetzt heute in Apple, Amazon und Tesla zum Beispiel, weil er da denkt, dass diese Aktie zum Beispiel steigen kann. Dann gibst du einfach Naga vor, dem Copy-Trader, okay, wenn der diese Tätigkeit macht, trade dir das auch für mich, lege mein Geld diesbezüglich an. Sprich, wenn du zum Beispiel 200, 300, 500 Euro anlegst und du willst die Copy-Traden lassen von einem profitablen Investor, dann wird Naga das für dich machen. Und du musst dich damit nicht selber auseinandersetzen und es wird für dich automatisch getradet. Sprich, dadurch kannst du theoretisch auch komplett passiv das Geld verdienen. Natürlich ist da auch Risiko behaftet, aber das ist allgemein mit Investitionen im allgemeinen Markt zu tun. Hier zum Beispiel die erzielten Gewinner der besten 10 Trader bei Naga, 247.000 Dollar und die durchschnittliche Gewinnquote der 10 profitablesten Trader liegt bei knapp 93%. Also das ist einfach unglaublich. Also ich persönlich bin ein riesengroßer Fan von Naga, super Plattformen. Und es ist auch auf der deutschen Börse gelistet. Also falls ihr damit auch starten wollt, findet ihr auch zu Naga unten einen Link in der Bio. Das soll es auch schon zum Video gewesen sein. Das sind wirklich meiner Meinung nach die vier effektivsten und besten Wege, wie du heutzutage Online-Geld von zu Hause verdienen kannst. Es gibt natürlich auch andere Optionen, aber von meiner Erfahrung, das sind wirklich die besten und die sich wirklich jahrelang schon gehalten haben. Lasst mich gerne wissen, habe ich eine bestimmte Methode verpasst? Eine Methode, die ihr persönlich sehr erfolgreich genutzt habt oder nutzen wollen würdet oder auch gerne mehr Infos dazu habt. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten hoffentlich hat euch das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Kommentar oder auch ein Abonnemota. Würde mich sehr, sehr freuen. Und danke fürs Anschauen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.